Hallo, ich bin Max. Vielfalt im Sport ist für mich, dass jeder jede Disziplin ausüben kann, egal wo er herkommt oder was seine Vorlieben sind. Ich finde es gut, dass es diese Organisation gibt und ich befürworte es, dass jeder auch jetzt hier wie bei uns bei uns trainiert, dass wir mit den Paralympischen Teilnehmern mitmachen können oder sie bei uns mit teilnehmen dürfen.